Okay, jetzt wird's lustig. Okay, jetzt wird's. Ich möchte dir was zeigen und ich möchte deine Reaktion filmen. Was zur Hölle? Ich dachte, die werden gerade voll. Altpapier noch aussuchen oder was? Ach, das waren nur die Kopfschätze. Ja, also das ist deins. Geil. Ich habe einen Karton. Ich bin glücklich. Ich bin gerade nur so reingepasst. Ich leuchte heute so schön. Ist das nicht wunderbar? Mein T-Shirt endlich mal wieder gewaschen. Das war's aber noch nicht für dich. Ich bin nur eine Tüte für dich. Heute hast du eine 20 Euro Box, die schenke ich dir. Bitte was? Ja, natürlich. Voll cool, danke. Einfach für die Hilfe und so weiter. Das ist gut. Das ist gut. Eine kleine Figur. Oh. Haha. Boah, das glänzt sogar. Ja, ist gut, ne? Jetzt will ich schon, wenn ich dieses Paket in dem großen Karton verpacke. Wir können jetzt so eine Matruschka machen, dass ich so Lego Kartons nehme, immer den kleinsten, dann in den größeren, dann in den noch größeren. Machen wir das? Ja. Machen wir das? Ägern wie Nico? Das finde ich voll gut. Ich habe noch aus dem Locher Konfetti. Hier, wir nehmen hier so einen Karton. Okay, passt das da rein? Ja. Von der Dicke her. So. Boom. Nico, es tut mir leid. Ich bin kein Neuer. Ich bin keinannie. Ich bin kein Daseuer, da bin kein Neuer. Das ist es wichtig für die Leidenschaft. Ich bin kein Englisch. Was hat er geschrieben? Ich habe gerade Patricks Auto gesehen, also das Innere. Du spinnst doch. Was sagst du? Ich soll dir das hier von Daniel geben. Moment. Das geht so schief. Willst du irgendwas drunter halten? Soll ich es einfach öffnen oder nicht? Oder doch? Oh shoot! Oh no! Halt es! So, ich bin dann weg. Ciao, komm schön mit. Egal, ich habe ein Gratis-Auto erst weg. Shoot! Das hier rasendlich nass ist. Ja, ich habe auch schon gedacht, was passiert eigentlich, wenn es jetzt regnet. Wie passt das alles hier rein? So. Bevor wir zu den Sortierkästen kommen, hier ist deine Tüte mit Bricklink und so. Und da habe ich noch eine Tüte drin mit den Brennern. Da ist gelb und blau. Und ich habe dir noch eine 20 Euro Box eingelegt. For free. Bitteschön. Dann aufholfen die. Ach! Das ganze Aufwand hier. Dankeschön! Jo, bitteschön! Das kann man nicht auseinanderhalten. Oh mein Gott! Bro! Bro! Bo! 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 Untertitelung des ZDF, 2020